Naja, hier sieht man ja gerade nicht so viel. Also das ist Coco. Komm mal her, Dika. Wir setzen dich mal aufs Bett. Dort, wo es heller ist. So. So. Das ist mein Kaninchen. Ihr spürt gerade. So. Oh. Er tut gerade hier übelst so machen. Ja. Also er haut grad... ist grad voll abgehauen, aber ich setz ihn gleich wieder aufs Bett. Das ölt der Haarausfall. Das dicke Ding da. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Okay.